die ist ewige zu reichen den spielen hier ich habe gar nicht vergessen weil ich gerade schicken müsste das netten führer vielleicht da oben und wie was ist der truppenführer keine ahnung wo er gerade ist er muss noch in der stadt sein habt ihr den etwas herausgefunden schon ist ein kommandeur gesehen ja bevor ich mit dem na ja bla 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 ich wollte eigentlich den shopter ansprechen ach nein reiht doch mal die klappe sie vielleicht immer noch nein sie vielleicht irgendwann noch ein gebäude wo man rein kann ja jenua war war ich doch schon ich komme gleich wieder guck sei es auch wieder hier das wird alles gut ich komme gleich wieder ich mag das in der nieder ich muss das suchen oder so ne ach man das spiel geht ein viel zu viele viel zu wenig hinweiser aus hauslos kohl nichts kreuz man ich gucke eine komplette schon mal nach bis gleich mein gott bin ich doof müssen zum hafen da war ich zwar immer schon aber ich habe irgendwie nichts gesehen was stimmt hier ist auch noch was aber nicht doof mein gott ich soll mir diesen schuhe suche und ende umfinden aber wie soll er sie finden wenn er ihren geruch nicht kennt das kann nicht mehr klappen unser truppenfügel hat gerade geangelt er war glücklich dass er ein fisch fangen konnte er meinte er dass ihn sofort essen will ich suche den ganzen tag mal etwas was erlangen gehört nachts was nach erlangen riecht und da ist ein schwarpunkt mehr warum auch immer bieter naja brauche ich ja voll vita nicht ich habe wie gerade wozu bräuchte vita naja und das müssen wir noch zur excel wohnung äh zur excel wohnung ach da darfst du jetzt auch ok da kam ein gabelianer der unsere küche benutzen wollte er hat ein stinkend den fisch zu bereitet jetzt richtig ganze wohnung danach wo ist der jetzt bitte oh man hast du den truppenführer gefunden wo ist der denn hm unser kommandeur hat gemerkt dass unser truppenführer zurzeit nicht aufwendbar ist wenn der kommandeur mitkriegt dass unser truppenführer gerade ein lindlicher macht oje der blick uns kommandeurs lässt mich das blut in den eilen anfrieren was er wo er sein mag vielleicht hinter den wagen wagen hinter den wagen das muss aber ein schlechter truppenführer sein das muss aber erstmal rumgehen aber was wirst du denn da ja ja ach so kann ich ihnen helfen wer bist du nicht zu laut okay ich will nur eines sagen falls ihr das überlaufen bist erzählt es mir bis zuerst im gegensatz zu den galben janern werde ich euch da auch dafür bezahlen weißt du nicht wo der truppen für was das halt ist müssen empfinden um mit den kommandeur zu reden der truppenführer es kommt darauf an was sich dafür zeit ich habe zu sagen drei informationen 30.000 geläste klasse ich gebe euch eine wichtige information er schläft immer im zug ich tue das auch am zug aber wenn man schläft gerne meine teilbar wenn da so daten stehen solltest du sie mehrmals ansprechen also auf zum bahnhof nachkommen naja kommt lauf nach links du sollst nach links laufen scroll so komme ich jetzt wieder raus hier ich habe bloß nämlich jetzt irgendwie verranzt Aber wenn ich jemals sehen würde, ach so, ach ja, mh, Headdesk, mann, scheiß Perspektive, mein Gott, mh, naja, also, ach ja, und zu Badehoa, ah, verdammt, scheiße, vorgegeben, auch zum Bahnhof, und so darf mir irgendwas ansprechen. Ähm, ja, ne, welche wären. Ach so, da ist ja jemand. Unser Truppenführer brachte uns das Essen. Ah, ich will mich die gerädert. Nein, 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 dass ich war es nicht. Da kam ein Mann, der zu essen brachte. Blablabla. Blablabla. Na. Nein, na. Oh je, ach, da war nicht noch einer. Ah, ich hätte es doch lassen sollen. Es hatte schon so einen komischen Geruch. Ach, gemein, das war wirklich nicht nett. Hilfe, tja, und wo ist er jetzt, bitte, Mensch, es geht die Krise. Will ich noch mal mit den Soldaten, wenn ich mit euch, sondern, krass, warum habe ich hier Geld bekommen? Na ja. Hast du den Truppen, wo ist er denn? si. Si. Ich war schon hinter dem Wagen. Ich habe mich gefunden. Oh, nochmal. was machen andere informationen die stadt einfach ist gesperrt oder aber es heißt nicht dass da kann durchgärmer wäre sagen nicht dass der truppenführer die stadt verlassen hat er schafft es aber ein kind und ein kind aus der stadt löse hat jemand die wachen ablenken dritte klasse informationen dankeschön ist der kostenlose hier an dieser stelle nachdem der von kommandeur was überfahren wurde hatte den platz gewechselt ich will schon im schiffen werden wir schon im schiffen fahren werden ah ja auch ne ich krieg die krise muss ich jetzt noch mal hier rein oder so stimmt musste schlecht sein aber ich würde ihn ernsthaft essen er wollte jetzt auch seinen truppen zum essen geben ich hoffe dass immer etwas passiert niemanden etwas passiert ja ich könnte ja schon kotzen wo ist der denn ich will in den kack zug und wo ist der jetzt naja komplette lösung auch mein scheiß schützen zu rund warum bin ich nicht gleich drauf gekommen aber ich auch ein rätsel auch mann die scheißen bis hier stehen an der md rum